so da kommt wir müssen eine etage tiefer was müssen wir jetzt hier machen wir paunen ihn doch noch und zack denn hier hatte ich kein glück das gute ist wir machen ja alles kaputt also theoretisch müssten sie hier gar nichts kaputt machen so wir haben schon mal den wahren avenger jetzt können wir da schon mal langsam machen also lego steine gibt es hier eigentlich echt wie sand am meer da kann man sich eigentlich nicht beschweren da kommen schon schon mal recht ja ja Das ist natürlich eine super Idee. Das Täubchen. Die Menschen halten uns für unsterblich. Prüfen wir das doch nach. Treten Sie zurück. Gefällt es Ihnen? Nicht mal ich weiß, was der kann. Ich würde mal sagen, er ist gehäckseln. Gut, dass er die Hose noch hat. Oh, Trophäe. Helicarrier Chaos. Das war's schon, schade. Den haben wir nicht. Da haben wir eins. Aber jetzt nicht die fette Ausbeute. Naja, immerhin haben wir schon neun Sterne. Sie werden verlieren. Die hätten sie für ihn signieren sollen. Es gab mal eine Idee. Stark weiß davon. Die sogenannte Avengers-Initiative. Die Idee war, eine Gruppe von außergewöhnlichen Leuten zusammenzubringen. Zu sehen, ob sie zu was Größerem werden könnten. Phil Coulson hat noch an diese Idee geglaubt, als er gestorben ist. An Helden. Ich tanze bestimmt nicht nach Fury's Pfeife. Ich auch nicht. Aber im Moment müssen wir das beiseite lassen und unseren Job machen. Loki braucht ne Energiequelle, wenn wir ne Liste zusammenstellen. Ist persönlich. Er will uns besiegen und er will dabei gesehen werden. Er will ein Publikum. Das hier ist die Premiere und Loki ist ne ausgewachsene Diva. Er will Blumen. Er will Paraden. Er will ein Monument, das in den Himmel aufragt mit seinem Namen drauf. So, jetzt sind wir also wieder hier. Ah, hier ist wieder freies Spiel. Okay. Schauen wir mal, wo wir diesmal hin müssen. Hm? Man sollte aus meinem Leben eine Fernsehserie machen. An alle Agenten auf der Brücke. Wir müssen los. Und wohin? Erkläre ich unterwegs. Willst du einen von diesen Jets fliegen? Ich kann das. Vielleicht solltest du deine Dienste in Rechnung stellen. Aber sag dem Direktor nicht, dass das von mir kam. Hupala. Danke. Haben Sie eine Ausrüstung? Ja. Anziehen. so schauen wir mal wo wir hin müssen wir müssen auf jeden fall loki aufhalten wir haben verletzt na egal bisschen verlust ist immer ne da ist er wieder da ihr Ah ja, wir sind jetzt hier in der Open World Stimmen. Was ist das? Ah, okay, hier können wir die Charaktere auswählen, okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe nicht aufgepasst. Aber wir müssen da hoch, aber hier wollte doch irgendeiner was. Komm. Das ist doch die da, oder? Hm, komisch. Naja, lassen wir das mal sein. Ich wollte ja nur mal schauen. So, ich würde sagen, dann heben wir mal ab. Kursen. Nein, du warst der Beste, den ich je kannte. Du wirst gerecht werden. Ich hole die Avengers und werde dich rächen. Kursen. Hä? Der Funk funktioniert wieder? Oh, hey, sie sind es. Der Helicarrier ist gestrandet, also sind sie im Moment allein gegen Loki. Ähm, sorry. Ach ja, beschädigen Sie bitte nicht den Quinjet, okay? Ich gebe mir Mühe. Auch wenn ich nichts versprechen kann. Sir, ich habe den Arc-Reaktor abgeschaltet. Aber das Gerät versorgt sich bereits selbst. Das Kraftfeld ist pure Energie. Nicht zu durchbrechen. Ja, habe ich gemerkt. Plan B. Sir, der Mark VII ist noch nicht einsatzbereit. Dann lass die Hex-Spoiler weg, die Zeit drängt. Geht ihn durch. Bitte sag mir, dass du jetzt an meine Menschlichkeit appellierst. Eigentlich hatte ich vor, dir zu drohen. Was sollte ich fürchten? Die Avengers. Ich habe eine Armee. Wir haben einen Hulk. Wie sollen deine Freunde Zeit für mich finden, wenn sie damit beschäftigt sind, gegen dich zu kämpfen? Das klappt gewöhnlich. Ist nicht ungewöhnlich. Jarvis? Aktivieren! Ich gehe davon aus, dass er jetzt hier seine Armee holt. Taubengreifen an. Das war's. Das kannst du nicht. Er kann nicht gestoppt werden. Jetzt gibt es nur noch. Den Krieg. Dann muss es sein. Kascha? Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Hier spricht Agent Hill. Thor, hören Sie mich? Ich hoffe, Sie haben Ihren Kommunikator noch. Weichen Sie Lokis Angriffen aus, bevor Sie ihn außer Gefecht setzen. Das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein Donnergott, der nicht Herr seiner selbst ist. Kapitulation angenommen. Also mit Thor ist das hier doch irgendwie deutlich einfacher. Okay. 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 Er muss wieder übertreiben. Hey, was ist denn? Passiert ja noch irgendwas? Agent Barton, Agent Romanoff, bitte melden. Nun, ich schätze, Sie sind beschäftigt. Okay, ich habe meinen Minikit. Okay. Okay, ich risch. Okay. Ja, Torus Hammer ist ja schon an sich nicht schlecht, ne? Müssen wir hier noch... Ah, ja. Ja, Loki hat ja irgendwie nie so wirklich was drauf, der war ihm halt eben nur gut im Tricksen und Betrügen. Aber die Torreihe muss ich mir echt mal noch anschauen, die habe ich echt noch nicht... Ich glaube den ersten und den zweiten habe ich gesehen, den dritten glaube ich noch nicht. Falls es da überhaupt drei gibt, ich weiß gar nicht. Ja, mir fehlt noch einer. Würde der eine sich bitte hier einfinden? Oder ist das... Nein, ist er nicht. Natürlich, was auch sonst, haben wir keine Raketen. Ja. 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 wir müssen anscheinend doch mit ihm hier dann nur wie können wir das schutzschild hier irgendwie durchbrechen ah